Eine Million Euro Strafe soll Polen täglich zahlen, weil die polnische Regierung die Urteile des Europäischen Gerichtshofs zur umstrittenen Justizreform ignoriert hat. Terri Reintke, Europaparlamentarierin der Grünen, begrüßt diesen Schritt, um, wie sie dem Deutschlandfunk sagt, die unabhängige Justiz in Polen zu verteidigen. Es ist absolut richtig, dass der Europäische Gerichtshof jetzt sagt, bis hierhin und nicht weiter, jetzt muss man im Zweifel auch mit Sanktionen dagegen vorgehen, um die Rechte der Bürgerinnen und Bürger in Polen zu schützen. Der Grund für das tägliche Zwangsgeld ist laut einer Mitteilung des EuGH vor allem, dass sich die polnische Regierung weigert, die Disziplinarkammer für Richter aufzulösen. Diese verstößt nach EuGH-Entscheidungen gegen EU-Regeln zur Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Justiz. Polen hatte zwar angekündigt, die Kammer aufzulösen, doch diese arbeitet weiter alte Fälle ab. Das kritisiert die CSU-Europaabgeordnete Angelika Niebler. Diese Disziplinarkammer hat ja umfangreiche Kompetenzen, kann Richter und Staatsanwälte letztlich willkürlich entlassen. Also das wirklich, da wird Hand angelegt an die Wurzeln eines rechtsstaatlichen Grundverständnisses. Anfang September hatte die EU-Kommission die Sanktionen beantragt. Sie werden nun so lange fällig, bis Polen den Anordnungen des Gerichts vollgeleistet. Damit allein könne aber noch kein Umdenken in Polen erreicht werden, sagt der FDP-Abgeordnete Moritz Körner. Wichtiger aber ist, dass die Europäische Kommission weiter die Gelder aus dem Wiederaufbaufonds zurückhält. Sonst bekommt Polen Milliarden überwiesen und zahlt dann Millionen als Strafe. Das Zwangsgeld sei Erpressung, schreibt Polens Vize-Justizminister Sebastian Kaleta auf Twitter. Denselben Vorwurf hatte der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki in der vergangenen Woche im EU-Parlament erhoben. In der Debatte um das Urteil des polnischen Verfassungsgerichts, dass Teile des EU-Rechts nicht mit Polens Verfassung vereinbar sind. Eine weitere Eskalationsstufe im Streit um die Rechtsstaatlichkeit. Angela Merkel hatte sich dafür ausgesprochen, weiterhin auf Dialog mit Polen zu setzen. Denn, so die Kanzlerin, eine Kaskade von Rechtsstreitigkeiten vor dem Europäischen Gerichtshof sei noch keine Lösung, wie Rechtsstaatlichkeit gelebt werden könne. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass der EuGH Strafzahlungen gegen Polen verhängt. Er hatte bereits im September angeordnet, dass Polen eine halbe Million Euro pro Tag an die EU zahlen muss. Solange ist die Braunkohleförderung im Bergwerk Turo nicht einstellt. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017